es ist ein rotkältchen guck mal hallo habe ich habe kein futter für dich tut mir leid mein schatz leute es tut mir leid was auf der autobahn abgefahren war es gewesen auf der autobahnbrücke super so furchtbar leid wie gesagt ich brauchte ambulante hilfe und ist auch besser so die brauche ich kann nicht zu beleidigen die frau mit dem hund allerletzte was die hat die war mitbeteiligt ist nicht wahr komm dass sie kann was erzählen die besucherin besuch ja ich habe das rotkältchen gesagt ich habe keine person drauf kein haus drauf gar nicht nur das baum und das rotkältchen mama kann das video zeigen mama muss so nah weil hier ein auto steht wenn ich zurück so muss jetzt ich stehe auf der wiese ich muss aufpassen mit der aufgabe noch mal ich brauche ruhe ich brauche alles auf der autobahn gerade gewesen war die schlimmen anfälle ich kriege ja wundern runter und das wurde ekelhaft also was auf der autobahn vorbei gewesen war die schlimm anfälle nicht krank gut anfällern Tochtesanfälle tut mir sehr leid, ehrlich gesagt leid, meine Mutter hat nur den Wald gemeint, bei der Polizei, was sie gesagt hat, hat nur den Wald gemeint, die Sprüche nur den Wald gemeint, ich hatte es so gut wie gar nicht gemeint, ich hatte mich noch angeguckt dabei, ich hatte die Gegend geguckt, den Himmel angeguckt, die Autobahn im Wald und geradeaus die Stadt, das Hausjahr angeguckt, wer nicht, ich hatte es nicht gemeint. Tut mir leid, was heute abgefallen war, aber die Aufnahmen vorhin fertig.